im tag hat er gesagt wir sind ja letztes mal hier bei dieser kann ich gar nicht mehr zeigen wegen den teilen hier grün linke grünen insel gestrandet mit den ausfüchsen da kann man ja nicht hin weil die machen uns ein bisschen platt wir haben noch so ein paar normale sachen zu erfüllen zum beispiel wie das hier noch machen den regenteil würde ich auch gerne irgendwie platzieren bauen auf jeden fall den regensammler dann haben wir den ich auch mal weg und ich habe das radar gebaut und dem würde ich dann auch wahrscheinlich hier in klatschen wir haben ja noch ein paar aufgaben so weit wie erforschung bauern standort den standort radar das habe ich ja eigentlich gemacht sonst haben wir da noch wasser drin aber noch ein bisschen wasser hier aber das könnte man eigentlich hier jetzt rein machen den könnten wir eigentlich auch schon essen ja warum eigentlich nicht da könnten wir gleich hier schon mal von zu nehmen hier könnten wir auch den hammer weg besser hat er weg haben wir mal weg so unsere trägenteile stellen wir einfach mal da hinten ich weiß nicht wann es regnet und ob sie überhaupt regnet aber wenn es regnet sind wir gerüstet sonst hätten wir den hier und dann müssen wir jetzt eine leiterplatte neu erstellen dazu brauchen wir plasten plastenmüll natürlich ein bisschen doof und für plastenmüll bräuchten wir ganz viel davon ja heute würde ich sagen naja bräuchten wir aber schon also so viel war like ja dann nicht immer dieser staubsalat gefällig kloppt staubsalat aber ich will ja nicht zu sagen so der ist fertig wenn wir da ein machen und schießen wir uns hier noch ein bisschen was schön würde ich sagen ich weiß nicht ob das hier auch eine gute position ist würde ganz ehrlich auch jetzt hier einmal rum wenn es geht und wir da nicht gegendonnern wird da jetzt einfach auch weiter fliegen so lang halt noch ein bisschen was an eigentlich kein prima sprit jetzt nicht übertreiben hier an böslichkeiten ne so du bist leer naja wird doch ein bisschen hoch drin der gegner ne ich weiß gar nicht ich glaube ich möchte doch lieber da so rumfliegen wenn wir da schon mal lang fliegen ne die verfolgen ja ein ich weiß nicht warum ich weiß auch nicht was die von einem haben oder machen wollen oder keine ahnung naja guck mal da war da gerade ein weißer geradeaus naja ich hatte es auf jeden fall gehabt da gerade was blinken gesehen also ist er da gut da können wir auch schon mal rausholen der war auch lecker und war zu geblinkt aber die grüne das kann uns noch nicht interessieren dafür sind wir noch nicht bereit das ist ein grüner ne ja vielleicht ist der grüne ja besser ich glaube zwar nicht aber guck mal da ist noch so ein roter und da ist ein doppelweißer ok also ich würde warum denn das jetzt schon wieder jetzt müssen wir aber schon schnell runter gehen weil wir sind nämlich ganz schön weit oben und ich habe gar keinen bock dass hier schon wieder alles kaputt geht nicht cool ich glaube das ist doch ein bisschen nervig für die gesundheit auch nicht so toll ich würde nämlich gerne einfach mich mal in so ein häuschen da verpissen wenn es geht ne ich habe ich habe ich habe ich habe Aua! Oh cool! Ich wäre für, wir haben das Unwetter total geil überlebt. Ich glaube das ist weitergezogen, aber dieses Vieh ist ja scheiße. Ich habe irgendwas gehört, aber ich wusste jetzt auch nicht, wie, wo, was und so. Wird auf jeden Fall nicht mein Lieblingsvieh. Ah, klar. Ach, guck einer, guck. Ja, okay. Aha. Und wie kann ich hier sich jetzt runterboxen? Gar nicht, oder was? Also ich kann ja auch wahrscheinlich da denn hoch, aber... Okay. Nichts Persönliches. Aus den Erzählungen meiner Großeltern klingt die Welt wohl den Smog unrealistisch schön. Vielleicht war sie zu gut für die Menschheit. Musste deshalb zu Ende gehen? Die jetzige ist entsprechend beschissen und bedeutungslos. Eine Beschreibung, die auf jeden passt, mit dem ich es zu tun hatte. Eine Beschreibung, auf die jeden passt, mit dem ich es zu tun hatte. Wir haben bekommen, was wir verdienen. Also nein, ich werde dir meinen Bruder nicht leihen. Erstens, weil es im Grunde sinnlos ist. Und zweitens, ich finde es selbst heraus. Ach so, meine Bücher. Nicht Bruder. Okay. Ich gehe erstmal ein rundes Larven. Und dann gucken wir mal. Er ist auch so eine komische Hacke. Wir haben den Sturm jetzt ja erstmal geschafft, ohne jetzt an die Rand zu bejagen von irgendwas. Und das ist schon mal gut. Aber wie kann ich nicht wieder platt machen? Also wehe, nach unten ist jetzt hier auch noch so eins. Nach oben sehe ich ja noch einen. Kann ich denn hier was abschießen? Ich habe ja gar nicht geguckt. Da funktioniert auch noch was. Oh ha. Oh ha. Na gucken, dass wir hier vielleicht noch eine Waffe kriegen oder sowas, ne? Wenn wir hier irgendwas platt machen können. Die Sache ist ja auch, ja klar, man hat ja immer hier die, ähm, die Option mit befreien, ne? Aber wenn ich jetzt hier runterfallen sollte. Also wenn ich das Schiff oben parke, ne? Und ich fahre dann runter. Wie ist das? Wissen Sie? Du wirst schon, wie liegt das meine, ne? Was liegt hier schon? Plastik. Plastik. Das ist nicht so. Oh, das ist ein Plastik. Hier. Ich brauche schöne interessante Sachen bei euch. Viel und viel schönes. Die elektronischen Teile, die schmecken ja schon mal. Hier kann ich nicht öffnen. Ja, hätte natürlich immer mehr sein können. Aber schon mal ein kleiner Anfang hier. Davon fehlt es ja auch dann meistens. Jetzt versuchen wir mal ganz nach oben zu kommen. Was ist das denn, Mio? Das ist doch dieses Monster, oder nicht? Aber ich bin mal gespannt. Und? Nein, nichts mitmachen, ne? Bringt. Dornbienenhonig. Wie soll ich denn das denn machen? Also das verstehe ich ja auch noch nicht, ne? Ja, aber ganz ehrlich, ich komme doch nur hier. Da war ich ja drinnen. Und da oben drauf, das ist ja nur mit diesem Turm dann. Dann, was ich mehr oder weniger gar nicht kriege, ne? Also nicht mehr oder weniger, weil ich nicht kriege. Wo sehe ich denn hier meine... Achso, das ist ja einfach nur so eine Auflistung, ne? Das ist ja richtig geil. Das sind Studien. So, und das ist ja das erste. Dann die Funktürmchen. Ich kann ja nichts machen, ne? Ich kann ja wieder hauen oder irgendwie was anderes. Komisches. Finde ich echt ein bisschen komisch. Was sagt denn der Regensammler jetzt hier eigentlich? Uh. Also kann ich auch noch mal. Ich habe auch noch mal einfach nur Schmutzwasser gewonnen. So. Ah, der ist doch... Ist der rot oder? Ich weiß ja nicht, was das jetzt hier für ein Türmchen ist. Also der ist ja hier eigentlich richtig rot. Und blinkt schnell. Der da haben wir ja wieder dieses Doppelding. Ja. erst mal von oben herab gucken mehr so wie immer sagen wenigstens die mitgetrennung trifft er den nicht die tor ganz locker und lässig da so und dann gucken wir gleich mal aber ich glaube wir wir schlafen ja erstmal eine runde könnten wir hier glaube ich nur einen rein machen und dann ist es ganz okay denn hier weit essen sollten auf jeden fall glaube ich den kann ich schon mal nehmen kann ich auch schon mal nehmen mal schon umpapsen ach da hat man voll wenig okay dann lohnt sich das ja aber für ein hungerchen wird glaube ich jeder zu begeistern ja und dann müssten wir mal vielleicht auch mal fortschritt lichen naja da fehlt mir halt diese komische melone wieder so da gehen wir gleich runter aber ich dachte vielleicht könnten wir jetzt in mittlerweile das radar bauen können wir immer noch nicht da fehlt eine leiterplatte leiterplatte fehlt noch ein bisschen klasse müll wenn wir herstellen aber ich glaube den rest finden wir schon nicht unten also jetzt muss ja auch ein bisschen gucken dass wir die energie auch behalten weil ich muss ja auch noch ein bisschen benzin machen treibstoff machen deswegen hier ist ja meist ein plasten plasten das baum hat aber drei schon wieder so ein teil also klar die machen ja auch nur ihren job ne ein scheiß job da gehört dann auch dazu ne irgendwie wichtigste für mich war ja das hier eigentlich hier ist ja nur ein bisschen glas wie komme ich denn hier rein ach so mit dem trick hier schön ach und denn noch ein flicken und was zu essen wichtig ich bin hier ist ja dann auch noch ein bisschen glas hier ist ja schon ich bin hier toll mal kurz hier einen kleinen snip für ein bild er kriegt ähnlich mit lustig ist ja wirklich dass das jetzt hier so hell geworden ist leider kann man die ui nicht so einfach weg machen also zumindest finde ich da keine taste aber der ist ja ganz ganz schnucklig der kleine so radar wie sieht's aus radar bitte 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 da da morgen will ich denn immer dahin immer noch eine leiterplatte printing completed vielleicht hat er dann einfach ich weiß nicht ob dir alle zeigt oder einfach nur das was man schon mal hatte wahrscheinlich das was man schon mal hatte der rest ja alles schön ist er freutet mich hier so bin bereit dafür und ein kühl für da hätten wir auch noch gekriegt oha erreiche die markierung dings auf den radar was krieg ich denn da denn hier um sein volles jahr da bin ich dann noch gar nicht so rein also geradeaus noch cool ich mache erst mal ein bisschen treibstoff geil wäre natürlich auch der andere treibstoff ne und er geht ja ziemlich schnell hier oben also printing completed printing completed printing completed printing das ist jetzt noch gar nicht da ja naja, ich wollte eigentlich ohne rum aber der zeigt mir jetzt nicht diesen da natürlich ist der grüne ich will keinen grünen haben der bringt mir nicht der ausrufezeichen naja aber dahinter haben wir dann hier so ein windmühending aber vielleicht ist der ja gar nicht so verhekelt hier das kann natürlich auch sein ich glaube zwar nicht, ich glaube schon, dass da verhekelt ist lande an einem neuen entdeckten ort also ich glaube, ich mache das jetzt hier erstmal so mal bevor jetzt sicher noch irgendetwas im weg ist und beschießt hier erstmal alles wird eh noch von jeder ecke sein alter Schwede, ne ich komme hier gar nicht zur ruhe was macht der? ich lasse einfach links gedrückt, ne er ballert hier alle durch, was er kriegt, ey lockt ihn eh so hart ein, ne also Metalle brauchst du hier gar nicht wundern alter Schwede ich gehe mal ruhig ne 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 naja die paar meter machen es nicht glaube ich noch ja da oder da ich würde sagen hier wenn wir schon mal hier sind oder das spiel will nicht mehr super aufgesetzt easy aufgesetzt so würde sagen naja köder hier neuen rein macht die kleine vorbereitung und dann gucken wir uns beim nächsten mal uns die insel hier an was das schöne zu ist aber wie man natürlich ihren köder noch absetzen und so weiter und so fort gehen runde schlafen hier ein zwei stunden dürfte ja nicht schaden und dann sehen wir uns beim nächsten mal ich danke schon mal für zuschauen und bitte